Entschuldigen Sie bitte, der schwarze Drachen ist da. Soll reinkommen. Ah, hallo, Sie kommen auf die Sekunde genau, sehr gut. Höflich sein heißt pünktlich sein. Drei Jahre nach dem mysteriösen Tod der Karate-Legende Bruce Lee untersucht sein ehemaliger Freund die Hintergründe des Verbrechens. Seit Bruce Lee tot ist, rechnete ich mit deinem Kommen. Hä, was habt ihr zu suchen? Wir wollen zu Miss Tang. Wer seid ihr? Freunde von Bruce. Deshalb fliegen zwei amerikanische Karatemeister nach Hongkong und entdecken dort einen Gangsterring, dem Bruce Lee einst im Wege stand. Ihr seid Flaschen. Verhauen haben sie euch. Ich hatte nicht angenommen, dass der Mann so gut ist. Dass ein einziger Mann uns alle schlagen könnte, hätte ich nie in meinem Leben für möglich gehalten. Die Stunde der Rache ist gekommen. Vorsicht! Eine Zeitreise in das Hongkong von 1975 und ein genialer Mix aus Martial Arts und Blaxploitation von Bastard-Sautsman-Regisseur Tony Lu-Ching-Koog. Bruce Lee, der geheimnisvolle Tod. Wir잖아, ich hab mich nicht nur einebitum, um einen maßenen mit, dieser Wind-Gasen zu hole. Wer besagt, was ich nähe, verheißend är und erste Sinn?